Die Bergretter-Fans ging dieser Serientod sehr nah. Jessie starb bei einem Einsatz. Schauspielerin Maxi Warwell jedoch macht Hoffnung auf ein Comeback. Es war einer der dramatischsten Die Bergretter-Serientode überhaupt. Maxi Warwell verkörperte die Rolle der Jessie. Nachdem die Schauspielerin beschlossen hatte, die Serie zu verlassen, fiel Jessie in eine Schlucht. Zeit, neue Wege zu beschreiten. Und ich freue mich sehr auf spannende Projekte und meine Zeit in Berlin bei meiner Familie, begründet sie ihr Serien aus. In einem Insta-Live mit ihrem ehemaligen Kollegen Ferdinand Seebacher, mit dem sie einen Doppelausstieg nach fast sechs Jahren durchzog, beantwortet Maxi die Fragen der Fans. Ein Comeback schließt die schöne Blondine nicht aus, da die Leiche ihrer Figur nie gefunden wurde. Ich persönlich, wie auch immer das dann passiert, da gibt es ja alle möglichen Vorstellungen, ob jemand im Geiste erscheint oder in Träumen, wäre offen dafür, mal wieder zu kommen, sagt sie in dem Video. Wer weiß, vielleicht sehen wir Maxi Warwell viel früher bei Die Bergretter als gedacht.